Ganz kurz, ich muss jetzt mit jemandem drüber reden, weil mit Männern kann man über sowas nicht reden. Wie sieht ein leerer Arbeitsplatz aus? So sieht ein leerer Arbeitsplatz aus. Also nur mal im Größenvergleich hier dazu, lege ich doch da mal unseren allerseits bekannten Lieblingsflüssigkleber dazu. So, das nur mal im Größenvergleich, ich habe hier von der unteren Kante über eine Hand Platz. Seht ihr das? Und in die Länge ist es auf jeden Fall eine Tastatur, auf jeden Fall, und noch drüber hinaus. Seht ihr das? Das ist eine aufgeräumte und leere Arbeitsfläche. Männer verstehen das nicht, weil, passt auf, hier ist meine Computermaus. Überall auf diesen freien Flächen hier sind noch Farbspritzer und übrigens auch auf meiner Computermaus. Okay, dass das hier drauf klebt, das liegt daran, dass ich erst eine Karte mit dieser Folie gemacht habe. Dann liegen hier Stempel und ein Stempelkissen, das ich vor einer Stunde noch verwendet habe und heute wahrscheinlich auch noch verwenden werde. Hier liegt ein Abtropfttaschentuch für den Aquarellpinsel, kann hier ja völlig liegen. Das ist eine sehr gute, ich bin Rechtshänder, eine sehr gute Stelle dafür. Okay, der Schlüssel ist kritisch. Ich war gerade am Briefkasten, deswegen, und habe ihn auch so sehr mit nach oben genommen, deswegen liegt er da. Hier ist Juteband und eine Büroklammer, eine große, die ich heute noch verwenden werde. Hier ist mein Stifteköcher, also mit allen wichtigen Stiften, die ich eigentlich ständig brauche oder Gegenständen, die ich ständig brauche. Hier liegen Fotokleber, weil ich sehr gerne mit diesen klebe. Machen wir uns nichts vor, ich bin einfach Raucher und wir rauchen im Haus und das ist unser Haus und deswegen rauchen wir drin. Deswegen liegen hier meine Zigaretten und mein pinkes Feuerzeug, das ich von meiner Schwester zum Geburtstag geschenkt bekommen habe. Hier steht mein Kleber, hier steht mein anfeuchtes Wasser. Hier sind auch nochmal Zigaretten drin und dann geht es hier schon weiter. Hier steht mein Kaffeetopf, in dem ist noch mäßig Kaffee. Hier steht mein Kaffeetopf von heute früh, den ich umfunktioniert habe zum Eistee-Topf, der neben mir auf dem Boden steht. Hier steht mein Kleber, den ich ständig und jetzt auf jeden Fall gleich nach dem Schneiden dieses Videos auch noch brauche. Hier steht ein Kaffee, ein verschlossener, wie heißt das, Latte Macchiato, hier Cappuccino, bla bla, Kaltgetränk. Wenn der Kaffee leer ist, muss ich nicht in die Küche gehen und mir einen neuen machen und habe hier ein koffeinhaltiges Getränk vor mir stehen. Das ist mein Abfalleimer, also mein Tischabfalleimer. Das hier ist die Schale mit Wasser, die ich für meine Aquarellmalereien und, also nicht Malereien, oh Gott, das will, also für meinen Aquarell-Schrembämpel gebraucht habe. Da steckt noch der Pinsel drin, das mag wohl so sein, aber ich werde auch den wahrscheinlich heute noch brauchen. Stempelkissen und Washi-Tape brauchen wir nicht drüber diskutieren. Hier stehen drei verschiedene Nagellacke. Liegt einfach daran, dass die hier auf jeden Fall heute noch eine andere Farbe bekommen. Meine Staffelei, auf der mein Handy liegt, normalerweise steht, liegt, wie auch immer. In dieser Box sind meine neuen Aufkleber und Washi-Tapes und, hast du nicht gesehen, und Schablonen, die ich ständig irgendwie brauche. Hier, das ist, guckt mal, ich meine, das ist ein Ablagekörbchen. Es ist ein Ablagekörbchen. Es ist somit für mich organisiert. Was ist drin? Hier ist der Stencil drin, den ich heute auf jeden Fall noch brauchen werde. Und dann sind hier Taschen drin. Also es ist ja nicht so, dass wir nicht organisiert werden, oder? Also erzählt mir doch nicht, dass wir nicht organisiert sind. Hier sind Sticker drin, die ich verwenden möchte. Hier aus dem letzten Haul haben wir gesehen miteinander. Dann hier die Spruchsticker brauchen wir ständig. Und was ist noch drin? Ach ja, genau. Hier meine super schönen, wunderbaren Sticker, die schon ins nächste Junk Journal eingebunden werden. Und deswegen schon hier oben liegen. Also in einer selbst von mir genähten Mappe. Also organisiert, alles auf einen Haufen. Dann sind hier in der Mappe sind nochmal Stempel drin. Und in dieser Mappe ist eben Material schon fürs nächste Journal auch drin. In dieser Mappe befindet sich, wenn ich nicht bastele, also in dieser hier Pappelmappe, Pappelmappe, in dieser Pappelmappe sind tatsächlich normalerweise, wenn ich nicht bastle, meine Einzelpapiere drin. Also diese kleine Einzelpapier-Dings-Schnipsel-Mappe ist da drin. Okay, hier oben liegen noch zwei Buchseiten. Die hätte ich in die Einzelmappe mit einbinden können, beziehungsweise gehören die zu einem Projekt, das hier schon an der Seite steht, steckt, da wird, also das wird irgendwann mal da raus, also da raus wird das gemacht. Und von dem her ist das ein Projekt und darf erstmal noch mit ordentlich hier sein. Okay, hier ist die Klopapierrolle mir vorhin tatsächlich leer gegangen. Und ich habe sie einfach schon zur Raute aufgemacht. Die wird in auch eines der nächsten Projekte mit einfließen. Von dem her ist die auch völlig legitim. Also die kam frisch dazu. Dann liegen hier noch die Knöpfe. Da muss ich mir noch ein paar raussuchen. Das kann jetzt, klingt jetzt vielleicht so ein bisschen wie, ähm, ach ja, es könnte vielleicht so eine kleine Ausrede sein. Okay, die könnten eigentlich weg. Okay, auf die lasse ich mich ein. Mein Utensilo tatsächlich, dass wir miteinander genäht haben mit den Sachen, die ich brauche. Also hier, ne, Folienstift, Falzbein, Bleistift, Kuli, Wassertankpinsel, ein kleines Lineal. Und hier mein Entgitterhaken, den ich zum Ablösen von Klebebändern brauche. Dann sieht das hier unglaublich unaufgeräumt aus. Aber es ist durchorganisiert. Okay, der Aschenbecher, ne, liegt an den Zigaretten von vorhin. Aber das hier, guck mal, ist schon gar nicht mehr so schlimm. Das hier ist jetzt gerade beim Film runtergefallen wahrscheinlich. Das lag hier mit drauf. Das ist schon richtig. Aber das hier ist einfach eine Schale von übrig gebliebenen Sachen von diesem Channel hier. Also das, ja, hier, ist ja gerade erst entstanden. Und heute, also, ne, und das sind die Reste von der Bearbeitung. Also kleinen Schnipsel, die nicht in die andere Mappe rein dürfen. Versteht ihr? Hm. Äh, okay, hier steht eine Schüssel mit Kaffeesatz. Aber auch die hat ihre Berechtigung. Because I have to... Ich muss das Dingens hier ja noch einfärben. Ne, also das ist hier... Achso, das Video habe ich noch gar nicht hochgeladen. Oh mein Gott, Spoiler! Ähm, das hier ist, wird, äh, das Cover von dem Chunk Journal, das ich euch da vorne gezeigt habe. Das ist meine Arbeitsmappe von den Verzierungen von in dem Chunk Journal. Und deswegen wird das, das Cover. Hier steht meine Nähmaschine, mein Trocknungsfön, noch ein, ähm, Blatt von, an Ephemeris, das ich noch ausschneiden muss, eventuell. Hier hinten liegen auch nur noch Ephemeras, die jetzt in das Projekt mit reingehören. Und da hinten liegt mein Schminke-Aquarellkasten. Hallo, wenn das nicht durchorganisiert ist, ich, ich verstehe mir da nicht. Versteht ihr mir, okay, hier stehen noch die Schwämmchen, die gehören drin, da zum Aquarellkasten. Und der Aquarellkasten gehört eigentlich in den Schub. Aber ich brauche ihn heute noch. Danke, dass ich darüber mit euch reden konnte. Danke.